Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge of What's Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir Mercy gespielt und hart verloren. So wie die zwei Folgen davor, die nicht kamen, weil die so scheiße waren. Ich hab jetzt drei Matches mit Mercy verloren. Ich kann es nur immer wiederholen, es macht mich ein bisschen traurig, gerade wegen der neuen Änderung. So, die neue Änderung ist raus, ich verliere drei Matches mit Mercy hintereinander, was ganz schön viel ist. Vor allen Dingen, weil ich gerade Platin gewonnen bin und vor allen Dingen, weil es Mercy ist. Mit Mercy verlieren, was? Echt seltsam, dabei haben die ja eigentlich die Basic-Fähigkeiten gar nicht genommen von Mercy. Also links klickieren ist ja immer noch genauso stark. Die haben quasi nur die Ulti verändert und eine neue Fähigkeit gegeben. Eigentlich ist Mercy stärker geworden, wenn ich mir das so überlege. Aber egal, Mercy haben wir jetzt genug gehabt. Wir werden den Rest der Session auf jeden Fall keine Mercy mehr picken, die hab ich viel zu viel jetzt in letzter Zeit gespielt. Keine Ahnung, was wir picken, wir passen uns in unserem Team an. Äh, wir müssen jetzt langsam mal gewinnen, ey, drei Matches, ey, ich bin schon fast 2400 wieder. Naja, immer, wir haben Platin geschafft, eigentlich bin ich zufrieden. Ähm, wäre natürlich schön, wenn wir es behalten könnten, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns mit meinem Match, bis gleich. Da sind wir wieder, wir spielen auf Volskaya Industries. Und da spiele ich gerne Senyata oder Symmetra. Können wir picken? Können wir mal Symmetra picken und schauen, ob ein Mercy-Main hier unter uns weilt. Die sind komplett pre-made, außer ich. Holy shit. Und picken first so eine Scheiße? Also, McCree ist ganz gut. Aber Tracer im... Obwohl, Angriff spielen wir. Symmetra, ups, das ist Quatsch. Wir spielen ja Angriff. Okay. Ähm, Diva hat eine neue Änderung bekommen. Könnte man ausprobieren. Diva, äh, oh, wir haben eine... Ja. Wollen wir mit Diva spielen? Oder Reinhard? Oh, Reinhard ist cool. Okay. Ich will mit Diva. Ich will keinen Healer spielen. Diva hat jetzt Raketen. Und zwar mit E. Uh. Sieht ein bisschen bescheid aus. Symmetra, Fragezeichen. Okay. Oder ich kann auch einen anderen Tank spielen. Aber im Angriff macht Symmetra, glaube ich, fast am meisten Sinn. Äh, ich meine... Diva. Vorher spiele ich die selten. Saria wäre auch cool. Wollen wir Saria ausprobieren? Das Team scheint ziemlich cool zu sein. Saria habe ich super lange nicht mehr gespielt. Ich meine, ich habe ja gerade nur eine Losing Streak. Also scheiß drauf. Wir spielen Saria. Irgendwie habe ich die übel ultra lange nicht mehr gespielt. Und irgendwie habe ich gerade richtig Bock auf was Neues. Willkommen. Habe ich einen coolen Spray? Nicht so wirklich. Habe ich einen coolen Spruch? Runter und 20 Liegestützen. Geht. Okay, so mache ich das Schild auf mich. Und mit E mache ich das Schild auf meine Freunde, ne? Genau. Und mit links mache ich die Kugeln. Ich kenne mich aus. Das Team scheint mir gut zu sein. Was sie gepickt haben, freut mich eigentlich. Okay, die haben jetzt anderen Damage genommen. Kommt der her! Okay, ich habe mega viel Damage gerade. Ach du Scheiße, alle sind tot leider. Ich brauche Heilung. Ich glaube, ich gehe einfach kurz zurück. Uh. Okay. Wir wurden gerade ganz schön auseinander geschnetzelt. Obwohl ich halt eigentlich voll... Lol. Oh, Alter, die Farrah macht uns fertig. Wir sollten vielleicht doch McCree nehmen. Ich habe gerade ganz schön viel Damage gemacht. Ging. Für 150. Hm. Ging echt. War gar nicht so krass, wie ich gedacht habe. Aber die... Die Farrah macht uns, glaube ich, richtig krass fertig. Komm her! Komm her! Okay. Ach du Scheiße. Nein! Ich gehe Ultra auf den Sack. Hm. Vielleicht soll ich was anderes spielen? Wie viel Ulti habe ich? Vielleicht sogar Roadtog oder so. Scheiße. Ich habe jetzt Hälfte Ulti. Ich bleibe bei Saria. Ich spiele über die Yolo-Kacke. Wir waren schon auf dem Punkt. Lol. Also ich auf jeden Fall noch nicht. Ja. Ja. Ich habe gar nicht mal so schlecht geschildert. Aber auf jeden Fall auch zu wenig. Ach du Scheiße. Okay. Konnte dir ein bisschen Damage machen. Okay. Okay. Machen wir mal Tank-Sachen und bleiben drauf. Ich habe was Ulti. Kann man mal ein Ulti mit irgendwas kombon? Nicht so wirklich. Nee, nicht so wirklich. Gegner haben Symmetra. Das Problem ist, wenn ich gleich meine Ulti habe und dann wechsle, dann haben wir echt noch richtig krass wenig Zeit. Richtig krass wenig Zeit. Guck mal, wie schnell ich Prozente bekomme. Oh lol, hinter uns. Wow. Okay, wir wechseln. Alter, habe ich auf den Sack bekommen. Das ist ja voll krass. Das ist ja voll krass. Fieler hinter uns war einfach. Das war echt so unlucky. Okay. Gegen was sind wir jetzt gut mit Roadtalk? Wir sollten auf jeden Fall Mercy fokussen. Oder die halt. Alter, wir haben direkt Doppelkill gemacht. Lol. Die läuft voll. Messi. Okay. Alter, was mache ich hier? Neuer Main incoming? Ach, du Scheiße. Ich wurde wiederbelebt, lol. Okay. Gerade läuft übel mit Roadtalk. What the fuck? Alle ballern auf mich ein. Ist in Ordnung. Lol. Ich habe Hooks scheinbar nicht verlernt. Okay. Lol. Ich wollte ihn gerade hooken. Ach, Mann. Nein, die töten trotzdem einfach alle. Ach, du Scheiße. Lol. What the fuck? Wie viel ich jetzt rausgeholt habe mit Roadtalk? Aber das war einfach gar nicht ansatzweise genug. Wie viele Leute ich gehuckt habe und gekillt habe. Voll krass. Okay, ist vorbei. Hätte ich Roadtalk mal am Anfang genommen? Lol. Wow. Und ich flame immer über Roadtalk. Das war seltsam. Okay. Aber die dürfen jetzt halt nichts einnehmen. Und zwar gar nichts. Und das wird niemals klappen. Okay, ich warte, was meine Leute picken. Symmetra ist interessant. Hm. Symmetra ist, glaube ich, Pflichtpick. Ach, what? Eine Widow. Alter, Leute. Okay, wow. Dann Mercy, Mercy. Spiel Mercy. Wir brauchen halt eine Mercy. Und ich werde nicht Mercy spielen. Nee, nicht nach den letzten Runden. Don't play Roadtalk. Don't play Roadtalk. Was spiele ich sonst außer Roadtalk? Oh, ich kann, ich kann, äh, Risa spielen. Verteidigung ist hier gut. Schwierbeur, Risa. Warum haben wir eine Widow? Widow ist scheiße. Also, vor allen Dingen, die wird nicht auf Ziel kommen. Die müssen halt ein Drittel einnehmen. Wir können nur Rundenschienen rausbekommen, ne? Alter, es ist unlucky, ey. Jede Runde. Wenn ich die jetzt verliere, hätte ich vier Matches hintereinander verloren. Einfach so. Voll krass. Ja, hier chillen wir jetzt. Und hoffen, dass wir irgendwie überleben. Gut, das war ja seltsam mit Roadtalk, ey. Wie ich alles irgendwie instant guckt hab. Das war ganz schön krass. Das macht nicht so viel Sinn, die Doppelbarriere. Der kann ja meinetwegen da stehen. Wenn ich stehe hier oder so. Macht das Sinn? Okay. Okay, das ist nicht so geil. Okay, ballern wir. Da oben ist die Pharah. Okay, wir können ein bisschen ballern. Was sehr angenehm ist. Komm, töte sie. Oh Gott, Simon. Okay, hinter uns ist, glaube ich, ein Divo oder sowas. Aber ich mach mehr Damage. Ja. Okay. Okay, sie sind mit, Ratty. Die sind nicht auf den Punkt gegangen, ey. Wir sind überhaupt nicht auf den Punkt. Aber ich bin am Brennen. Ach du Scheiße, ey. Mit den Tanks mache ich ganz schön krasse Arbeit gerade. Gefühlt auf jeden Fall. Die dürfen halt nur nicht an uns vorbeikommen, irgendwie. Ich hab gleich Ulti. Okay. Punkt. Ich hab das Ding jetzt einfach hinter mir gelassen. Oh Gott, die sind ja alle. Okay. Einfach das, was ich treffen kann. Hauptsache, ich kann irgendwas machen. Okay, wir haben den Mercy-Ulti. Okay, den hab ich bekommen. Fight ich einen Teleporter? What the fuck? Nein! Oh, wie bad! Ich hätt die Barriere unter mir einfach machen sollen. Ist unsere Mercy tot? Nee. Die könnte mich wiederbeleben, wenn sie ihr komisches Ding hat. Oh ja, macht sie sogar. Krass. Krass gut. Okay. Nicht mehr auf sie ballern. Oh Gott, die hat sogar Leute getötet damit. Das ist nicht so gut. Gemeinsam kämpfen wir. Okay, baller. Baller auf die Reaper. Nein, ich muss nachladen. Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, lol. Ich wusste, dass ich auf die Mercy... Auf die... Den hätte ballern müssen. Ich hab's ja auch gemacht. Oh, die Widow. Die hab ich noch gar nicht gesehen über das ganze Spiel. Haben wir einen Teleporter? Nee. Wir haben leider keinen Teleporter. Aber es sind Leute da. Oh Gott, bitte nicht sterben, bevor ich ankomme. Oh Gott, okay. Nein. 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 Ich will nochmal ankommen. Wer ist noch da? Hallo, ich bin da. Ich hab alle angezogen. Und das war's. Nein. Ich bin nur am Verlieren. Das war aber trotzdem ein spannendes Match jetzt zum Schluss. Aber trotzdem, what the fuck, ey. Wow. Ich glaube, der war da einfach mega lang auf dem Punkt. Ich hab nicht mal Bronzeschaden zum Schluss. Ich hatte halt kurz Silber. Lol, wo überall die Dinger hängen. Wie er überlebt hat. Lol. Aber die Widow war halt irgendwie da. Oh, wow. Okay, Mercy liken. Ach du Scheiße. Das ist das vierte Match, was ich hintereinander verliere. Was sind das denn für Matches, ey. Vor allen Dingen, dass ich Roto kurz genommen hab und übel abgegangen bin. Und mit Uriza konnte ich auf jeden Fall auch mega viel machen. Aber what the fuck. Ich hab Diva auch in der Runde gespielt, ne. Sogar Saria. Ich hab alles in dieser Runde gespielt. Hab ich Diva gespielt? Nee, hab ich gar nicht. Ach du Scheiße, ey. Okay. Okay. Ja, ich war einmal 2500. Alles danach. Sie sind Flut. Fuck, ey. Fuck, ey. Okay. Oh Gott. Was ne Folge. Ich dachte jetzt, eigentlich hätte ich noch ne Box zum öffnen. Ah, okay. Ganz knapp. Okay. Häng ich dann noch irgendwas hinten dran? Wir können ein kurzes 3 gegen 3 dranhängen, weil sonst die Folge sehr kurz ist. Also, wir sehen uns wie immer im Match. Aber diesmal in 3 gegen 3 Match. Och. Sprechen ist schwer. Weil sonst wird die Folge zu klein. Das will ich eigentlich auch nicht. Also, bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen 3 gegen 3. Äh, Roadhog war leider ganz schön krass. Also nehmen wir den normal. Einfach nur so just for the lols. Das ist jetzt einfach nur so ein kleines Bonus-Ding. Es nervt mich so, dass ich 4 Matches untereinander verliere. Ich bin jetzt auf jeden Fall, äh, Gold wieder. Egal, wenn ich das nächste Match gewinne, bin ich immer noch unter 2500. Und damit werde ich mit Gold wieder zurückgestuft. Wow. Das ging schnell. Das war ein kurzer Platin-Besuch. Kürzer geht's gar nicht. Okay, versuchen wir einfach coole Sachen rauszuhauen. Da hab ich doch gerade irgendwas gesehen. Okay, vielleicht sollte ich zusammenbleiben. Ich hab noch keinen einzigen Gegner gesehen. Da ist einer. Roadhog, wow. Gott, Team. Oh, okay. Okay, nice. Wo ist er? Okay, ich kann mich heilen. Okay, jetzt bleib ich einfach bei Junkrat. Easy. Das war, das, das war krass aus. Ich dachte erst, wir verlieren safe. Ich bleib einfach, wir sind richtig Junkrat. Hey, ich hab KS, wow. Junkrat und Roadhog, so richtig typisch. So wie die neue Map. Ich hätte vielleicht irgendwas auf der neuen Map machen sollen. Ähm. Was nehmen wir da? Äh. Diva. Diva ist cool. Nehmen wir Diva. Roadhog ist stark. Na, vor dem Nerf, war das so geil, ne? Ich weiß auch, vor dem Nerf Roadhog spielen, hat's so Bock gemacht. Das hab ich auch richtig viel ausgenutzt. Ach ja. Vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen Roadhog spielen. Uh. Aua. Kann ich das überhaupt abbrechen? Scheinbar nicht. Ich mach mal die Fliege lieber. Oh, ich kann ballern und gleichzeitig Raketen machen. Das ist ja voll krass. Das war easy. Einfach alles. Ich hab alles auf ihn geknallt. Oh Gott. Wer ist noch da? Aha. Ich hab sie ein bisschen erwischt. Oh Gott. Das wird jetzt spannend. Wo kommt sie? Die kann sich aber hallen, ne? Ach du Scheiße. Ich bin tot. Nein! Oh, wie knapp. Oh no. Die hatte gerade keine Munition mehr. Sie musste nachladen. Scheiße. Ich war fast noch in meinem Anzug gekommen. Voll knapp, ey. Ohne Scheiß. Mies, ey. Wie aufgeregt ich war, obwohl es nicht mal ranked ist oder sowas. Sondern eigentlich scheiß. Egal. Ah. Wenn ich das auch noch verliere. Fünf Matches hintereinander. Schaden an Champion habe ich Silber. Weil wir auch nur drei Leute sind, ne? Ist voll krass, dass man gleichzeitig schießen kann. Und gleichzeitig Raketen machen kann. Das ist voll krass. Finde ich. Ballern! Man kann halt richtig ballern. Oh lol, hupsala. Die leben alle noch? Lol. Die haben alle noch gelebt. Lol, der hat sie wiederbelebt. Oh mein Gott, wie strong ist denn Mercy, bitte? Die kann ein Jahr einfach wiederbeleben. Und zwar als normale Fähigkeit. Alter, wie krass ist das denn, bitte? Alter Schwede, wie krass ist das? Das ist mir ja überhaupt nicht aufgefallen. Die kann das ja quasi free machen. Wie krass. Oh, wie cool die hier aussieht, die Mercy. Viel zu knapp angezogen für Winter. Yes, cover my ass Combo. Okay, wir müssen tryaden. Das war ganz schön scheiße. Ich habe eigentlich voll fit damage gemacht mit meiner Combo, aber da habe ich übel verkackt. Ich dachte, da kommt noch einer von hinten. Wo werden die Uri sein? Wuhu, wir haben sie wiederbelebt. Okay, wir sind ein bisschen am Sack. Alter, vielleicht hüllst du mich mal ab. Hol mich ab! Wow. Wow, wie er mich allein lässt. Ohne mich hat er doch keine Chance. Wie er in einer Aufklärerform rumgammelt. Was will er machen gegen den Reaper? Da ist Reaper, was will er machen? Niederlage, ich bin nur im Verlieren. Ja! Ach, toll. Why our mercy, no retz. Ich habe gerätzt. Was? Was? Aber ich war... Hä? What the fuck? Der Typ. Und dann lief der. Wie geil. Mega bescheuertes Match. Ja, geil. Ähm, wir sind nur im Verlieren. Haben wir jetzt eine Küste? Ne, nicht mal das. Wir kriegen gar nichts im Leben. Geil. Schaltet auch das nächste Mal ein. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, wir verlieren den Overwatch. Die Session. Alter Schwede, das ist eine Kack-Session bis jetzt. Wir sehen uns wie immer in der nächsten Folge. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Ciao.